Hallo zusammen, in diesem Video geht es um die Gasflasche und die Frage, ob es brenzlig werden kann, wenn die Gasflasche mal längere Zeit in der Sonne steht. Den ein oder anderen beschleicht ein mulmiges Gefühl, wenn ein Medium wie Flüssiggas über längeren Zeitraum der prallen Sonne ausgesetzt ist. Denn aus dem Physikunterricht wissen wir ja noch, unter Wärmezufuhr dehnt sich Gas aus und dann platzt die Gasflasche. Nein, ganz so schnell geht es natürlich nicht. So mancher Flüssiggaslieferant gibt in seiner Sicherheitsdokumentation an, dass ein Medium wie Flüssiggas nicht über die Lagertemperatur von 50 Grad steigen sollte. Und 50 Grad sind schon mal ein ordentliches Wort. Anhand einer sogenannten Dampfdruckkurve lässt sich das Ganze auch sehr gut erläutern. Die Dampfdruckkurve sagt aus, welcher Druck in der Propangasflasche bei welcher Temperatur herrscht. Und bei den eben erwähnten 50 Grad herrscht ein Druck von 17 Bar in der Flasche. Um das Ganze nochmal zu relativieren, Flüssiggasflaschen müssen in Deutschland einen Druck aushalten von mindestens 30 Bar. Und selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass mal die 30 Bar Grenze geknackt werden sollte, gibt es immer noch eine Absicherung. Die ist integriert in dem Gasflaschenventil und sieht man hier ganz gut an der roten Kunststoffkappe, nennt sich Sicherheitsventil und bläst eine unbedenklich kleine Menge an Flüssiggas ab, sollte mal die 30 Bar Marke geknackt werden. Zusammengefasst, die Gasflasche darf auf jeden Fall in der Sonne stehen, aber ihr solltet sie zumindest nicht über einen längeren Zeitraum dort parken. Aber selbst wenn ihr sie mal unter subtropischen Temperaturen dort vergessen solltet, es gibt immer noch eine Absicherung. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst oder unseren Kanal abonniert, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Besten Dank!